hallo liebe camber herzlich willkommen bei miga caravan bei uns auf dem kanal heute möchte ich euch ein kurzes statement geben bzw möchte ich euch ein nein ich möchte kein set mehr geben ich möchte einen kleinen aufruf starten und dazu gehen wir mal kurz auf die couch habe ich nicht mehr auf unseren stuhl hallo bei miga caravan ich möchte einen kleinen aufruf starten bezüglich unserer situation und ich möchte auch vielleicht noch mal zwei drei sachen dazu erklären die firma wcs hat es heute auch in einem video mitgeteilt also der götz weil er ja auch immer öfter angeschrieben wird bezüglich ja warum sind die warteseiten so lang und termine und das ist ja nicht mehr war und warum ist das alles so und 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 bei uns ist die situation nicht anders und ich glaube das ganze ist natürlich einem kleinen problem geschuldet in den letzten sechs sieben jahren hat die wohnmobilbranche schon immer einen aufstrebenden leicht aufstrebenden zweig gehabt also wohnmobile wurden gut verkauft alles war gut durch corona haben natürlich oder hat die wohnmobilbranche ich möchte jetzt das mal höflich ausdrücken nochmals einen richtigen arscht kriegt nach vorne also das ding wurde um so viel beschleunigt das ist einfach und wenn man mal die zahlen nennen wollen wenn man mal rückblickend ich glaube es war für das jahr 2020 80.000 neuzulassungen in deutschland an wohnmobile ein jahr ich kenne jetzt die aktuellen zahlen für 21 nicht aber die waren nicht recht viel anders sein weil jetzt aktuell ich meine wir waren alle in düsseldorf auf der caravan salon dies jahr 22 an wohnmobilen schon ausverkauft ist ihr erlebt sehr selbst wie warte zeiten oder wie die warte zeiten an wohnmobilen da sind nicht letztlich nur dadurch bedingt dass materialien knapp sind trummer heizungen nicht lieferbar sind fenster und so weiter und so fort sondern eben auch weil einfach schlichtweg die liefermenge die die gering die kisten ja gar nicht mehr her die müssen auch die autos natürlich entsprechend bauen können und zwangsläufig verlängert sich natürlich die lieferzeit wenn die auftragslage sich erhöht jetzt haben wir ein einziges problem nicht nur die hersteller sind jetzt so extremst mitgewachsen dass so wohnmobil nur binnen drei monaten lieferbar oder lieferfähig ist sondern auch die ganze infrastruktur ist ja nicht in der geschwindigkeit mitgewachsen geht ja gar nicht es hat keine neuen stellplätze gegeben es hat keine neuen campingplätze gegeben ja den ein oder anderen aber in der masse wo wohnmobile dazu kamen ist die infrastruktur natürlich nicht mitgewachsen und eben genauso nicht in den werkstätten die typischen händler die wohnmobile verkaufen sind natürlich alle restlos ausgelastet denen dürfen wir gar keinen vorwurf machen dass es terminlich sehr eng ist weil sie schaffen es einfach nicht mehr die haben keine ahnung wie viele neu auslieferungen am tag die klatschen die autos raus wie verrückt autos waren ja mittlerweile gar nicht mehr so groß verkauft sondern schon eher verteilt jeder möchten wohnmobil haben und die kommen mit den umrüstungen sprich auslieferungen gar nicht mehr nach weil wenn so ein auto vom hersteller kommt nehmen wir mal an jetzt weil er da steht eurer so jetzt kommt er das fahrzeug von eurer jetzt hat aber der kunde nur den wunsch das 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 will er noch dran haben der händler hat nur drei vier fünf pakete mit radio navigation und markise und beleuchtung und schisslerweng dann muss das ja nur angebaut werden also ist seine werkstätte weil er so viele neufahrzeuge hat schon mal restlos belegt der hat keine zeit mehr für lithium akku solaranlage und bummsterweng schon gleich gar nicht für kunden die nicht bei ihm gekauft haben so also müssen kunden wie unsere kunden in eine freie werkstatt gehen ich nenne es jetzt einfach einmal freie werkstatt in eine spezialisierte werkstatt die sich auf wohnmobil elektrik oder zubehör oder wir auch immer spezialisiert haben die aber allerdings sind in der infrastruktur auch nicht mitgewachsen vor allen dingen nicht gute werkstätten weil hier muss man natürlich ganz klar sagen hat sich ganz viel mist aufgetan weil sich ganz viele eintags fliegen gedacht haben kommen da mache ich mir mit meiner nebengarage schnell ein bisschen selbstständig den pflaster ich schnell wechselrichter rein habe von tuten und blasen keine ahnung bau das ding mehr schlecht wie recht rein oder händler weil er keine zeit hat oder 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 der nachbar oder wie auch immer und dann funktioniert die hälfte nicht also doppelt geld ausgeben und jetzt haben wir das problem gute werkstätten sind aber fachwerkstätten sind aber nicht mitgewachsen es gibt nur einen gns es gibt nur einen wcs es gibt nur einen miga caravan einen karex giba und dann noch den den philips kötter und ja dann ist es aber auch schon langsam wieder gewesen ja es gibt natürlich noch mal so viele aber das ist ja alles nicht die masse die man eigentlich bräuchten um den ansturm zu bewältigen also es ist für uns alle wahnsinnig viel arbeit da und wir gucken dass man es natürlich so gut wie möglich abarbeiten und so schnell wie möglich abarbeiten das ist ganz wichtig aber wir haben halt alle auch nur zwei hände und acht arbeitsstunden am tag mit überstunden vielleicht zehn und ihr wisst selber ich habe euch t6 oder andere videos gezeigt auf meinem kanal wie viel aufwand so was ist und wenn man so ein fahrzeug hinter mir angucken da müsste man eigentlich nur kastenwagen pauschale draufhauen weil das ist viel viel schwieriger so ein auto zu bauen wie ein integra voll integrierten von eurer zum beispiel weil der platz enger ist weil man sich nicht bewegen kann weil alles viel kleiner ist weil alles viel enger ist weil die wege alle viel komplizierter sind also bedarf das auch eine gewisse zeit wenn man solide mit qualität einbaut dauert es alles ein bisserl und dann kann man nicht schneller arbeiten das geht einfach nicht und somit kriegen wir natürlich auch keine 20 autos die woche geregelt die ich ohne probleme machen könnte wenn ich die menschen also das know how dazu hätte also sprich die leute dazu hätte und den platz dazu hätte jetzt ist aber das problem der platz ist das zweite problem das erste problem sind die mitarbeiter zu finden und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen aufruf wenn einer lust hat sich dahingehend zu verändern bei uns in der werkstatt sich zu entfalten kann sich gern bei uns melden wir sind dankbar um jeden mitarbeiter den wir gewinnen können das ist mein ernst wir bieten eine tolle infrastruktur eine tolle ein tolles betriebsklima wir bieten eine faire entlohnung und noch etliches andere wir haben abwechslungsreiches arbeiten und wir können über die thematik keine ahnung flexible arbeitszeit und so weiter können wir überall drüber reden ist kein problem da sind wir wirklich bereit das ist mir sind das sehr human also unser einer mitarbeiter bringt seinen hund mit und das sind wir wirklich immer sehr flexibel weil ich finde in der heutigen zeit im 21 jahrhundert muss man sich da ein bisschen flexibel aufstellen und muss da ein bisschen anpassen und das tun wir auch und da fordere ich jetzt euch auf wenn ihr lust habt und vielleicht noch ja lust habt auf eine veränderung und auf was neues wo echt spannend ist weil wir haben keine stupide arbeit wir haben eine sehr saubere arbeit wir haben eine sehr wechselhafte arbeit die mega interessant ist finde ich zumindest mein thema weil lösungen finden erarbeiten fahrzeuge gestalten sich jedes mal selbst übertreffen in der einbauart das ist finde ich toll da bildet man sich weiter und kriegt da auch ganz viel mit und ja dann bewerbt euch bei uns wir sind dankbar drum und wir suchen euch weil das ist nämlich auch ein riesen problem zumindestens hier bei uns in der region dingelsbühl wir haben nahezu voll beschäftigung hier da ist es nicht ganz so einfach top leute zu finden und ich bin jetzt auch wieder ganz ehrlich ich suche top leute und ich möchte da wirklich gutes personal haben weil wir haben ruf uns schon erarbeitet und den möchte ich unbedingt halten und nicht um nicht zu sagen eigentlich eher steigern wie vermindern ich möchte gute qualität verbauen und ich möchte fahrzeuge da draußen haben die top sind und wo die ware funktioniert genauso stellen wir ja auch sukzessive das sortiment immer wieder in die richtung service um ist mir auch ganz wichtig da kommen auch viele fragen ja warum brauchst du verbaust du das nicht mehr warum verbaust du das nicht mehr sage ich ganz ehrlich wenn der service nicht passt und wenn ich mehr ärger habe und wenn es auch nur zwei fälle sind dann mache ich das nicht mehr weil ich möchte den ärger nicht und ihr wollt den ärger nicht und ich muss geräte anbieten wo ich einen service dahinter habe wo ich einen telefonpartner dahinter habe wo ihr nicht allein gelassen seid wenn es dann irgendwann mal zum problem kommt weil in einem elektrischen gerät stecken wir alle nicht drin da stecke ich nicht da kann meine verkabelung und mein ganzer einbau noch so top sein das gerät als solches ja das baue nicht ich und das stecke ich auch nicht drin elektronik hat so gewisse eigendynamik manchmal wo halt auch mal kaputt gehen kann aber nichtsdestotrotz möchte ich dann eben einen guten service bieten und den biete ich für euch weil ihr steht da draußen auf dem campingplatz und wollt euren kaffee raus lassen und wenn da irgendwas nicht funktioniert dann muss da eine handynummer da sein oder eine telefonnummer und ihr müsst einen rückruf kriegen und euch muss geholfen werden und das ist mir wirklich wichtig und dahingehend müssen wir uns auch noch verbessern möchte ich mich auch noch verbessern aber das kann ich nur mit den richtigen produkten und natürlich mit den richtigen mitarbeitern und das war mir jetzt ein ein bisschen anliegen einmal ein bisschen aufzuklären zweitens mein aufruf zu starten wir wären wirklich dankbar um bewerbungen würden uns unheimlich freuen wenn ihr da bock hätte dazu ich habe tierisch bock darauf ich habe auch noch viel vor hier wir wollen in das jahr 22 mit vollgas rein starten und wollen auch noch etliches verändern wir schaffen auch noch vieles an materialien an und da passiert jedenfalls noch eine ganze menge mein kopf ist voll und um das alles auszuleben da mal gucken spreng ich noch den youtube-kanal hier aber da sind wir mal richtig gespannt was da noch alles rund kommt und was auf dem weg noch alles passiert so jetzt ist schluss damit sonst langweilig euch ich wollte euch das nur mit sagen ich freue mich wenn ich von euch eine bewerbung kriege würde ich mich tierisch freuen ich bin gespannt und bleibt gesund bis dann ja leute das wollte ich euch nur kurz mitteilen und dieses diesen aufruf wollte ich euch starten plus die kleine erklärung dazu warum wieso weshalb das alles so ist ich hoffe es tut sich was daraufhin auf unseren e mail kasten oder per post ich freue mich drauf und das nächste video wird wieder über unseren t6 und über noch viel viel mehr wie es weitergeht bleibt dran über kommentare freue ich mich natürlich genauso wie über ein like von euch und wer es gar nicht mehr aushalten kann und überhaupt nichts verpassen will ein abo ist bereit für euch freue ich mich auch drüber ganz lieben dank bleibt gesund schöne grüße aus dingelsbühel bis bald